Was passiert da im Gehirn? Das Gehirn ist ein sehr komplizierter Apparat, der in vielen Fällen große Energieprobleme hat. Nämlich ein bewusstes Denken, eine bewusste Entscheidung, ein bewusstes Tun brauchen übermäßig viel Stoffwechselenergie. Und deshalb kann man ganz konzentriert, bewusst nur für wenige Minuten oder bestimmte kurze Zeit etwas durchhalten. Ständig sich fragen, was muss ich jetzt tun? Wie muss ich mich entscheiden? Ich muss genau hinhören, damit ich das verstehe. Das erfordert für das Gehirn große Anstrengungen. Das Gehirn sagt, das will ich nicht. Und versucht bei allem und jedem, die Dinge zu perfektionieren, zu automatisieren, in Routinen überzubringen. Und das ist bei allem und jedem, das ist beim Handeln so, das ist beim Fühlen so. Man will nicht ständig emotional aufgewühlt sein, weil das ja Anstrengung kostet. Beim Denken ist das so, beim Vorstellen, beim Erinnern. Immer wenn es um Anstrengungen geht, die sollen nichts länger andauern. Also wird alles überführt in Gewohnheiten. Ich suche Umgebungen auf, die ich kenne, da muss ich mir keine großen Gedanken machen. Ich suche Menschen auf, die ich einschätzen kann, muss mir nicht Gedanken machen. Was will der von mir? Ich tue Dinge, die ich kenne, die ich gut kann, sehr gut kann, routinemäßig kann, blind ohnehin sehen kann, bis zur völligen Routine. Da freut sich das Gehirn. Und im Gehirn zieht sich dann das, was wir anfangs bewusst und kompliziert und umständlich tun, immer weiter, je mehr wir das perfektionieren, in die sogenannten Basalgangien, tief im Innern des Gehirns, zurück. Und dort werden dann die Automatismen, die Routinetätigkeiten angelegt, ob nun beim Handeln, beim Fühlen, beim Denken, bei allem und jedem. Und dann laufen sie ab. Und das Gehirn spart sehr viel Aufwand und Energie, freut sich. Also ist es aus Sicht des Gehirns oder bestimmter Hirnteile, bei den meisten Leuten, nicht bei den Veränderungssüchtigen, aber bei der Mehrheit der Menschen und so, dass sie lieber das machen, was sie gewohnt sind, als dass sie was Neues anfangen. Nämlich alles Neue ist mit Risiken verbunden. Und damit auch wirklich die Leute bei der Sache bleiben, hat das Gehirn sich einen Trick ausgedacht, wenn man das so will. Nämlich das Ausüben von Gewohnheiten, von Automatismen, wird durch die Ausschüttung von hirneigenen Opioiden belohnt. Deshalb fühlen sich Menschen, die meisten Menschen wohl, wenn sie etwas tun, was sie gewohnt sind. Wenn sie in eine gewohnte Umgebung kommen, endlich wieder zu Hause, wo alles an seinem Platz ist, endlich herrscht wieder Ruhe, Ordnung, Übersicht. Ich muss mich nicht mehr aufregen, nicht mehr konzentrieren auf das Neue. Das wird belohnt. Und deshalb sprechen wir auch von den lieben Gewohnheiten. Und deshalb reagieren die meisten von uns auf Störungen des gewohnten Ablaufes ziemlich sauer. Eine solche Haltung ist natürlich auch sehr kulturell bedingt. Es gibt Gesellschaften, Staaten wie die USA, wo es zur Mentalität, zur Grundmentalität gehört, dass man was Neues anfängt. Dass ein Mensch in seinem Leben drei, vier Jobs hatte, nicht zum Teil völlig verschiedener Art, aber so ähnlich, auch meine Professorenkollegen, für die ist das klar, dann geht man nach fünf, sechs Universitäten, bis man dann irgendwo bleibt. Oder auch noch mit 70 geht man irgendwo in eine Universität. Das ist so, so wächst man auf. In Deutschland ist es aus vielerlei Gründen anders. Da hat man eher die Suche nach der Sicherheit, nach der Absicherung. Ich tue das, was mein Vater gemacht hat, so hieß es bis vor kurzem. Und mein Vater hat das getan, was mein Großvater getan hat, aber immer schon bei Krupp und ich bin jetzt auch bei Krupp. Das wandelt sich aber eher unter großem Druck und die Leute finden das gar nicht so doll, dass man gesagt kriegt, du hast jetzt das studiert, aber was du jetzt zum Job machst, das hat damit nicht viel zu tun und bereite dich davor, dass du in 10, 15 Jahren etwas ganz anderes machst. Das sind Herausforderungen, die wir aus den USA kennen, die uns aber erst mal nicht so liegen. Und dieser Mechanismus, dass die Gewohnheiten, das Weitermachen wie bisher, durch unser Gehirn aus verständlichen Gründen so belohnt wird, ist eigentlich das größte Hindernis gegen Veränderungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020